Kamen Wegge vom 8.1.2024. Wir werden zeitnah das Cannabis-Gesetz in zweiter, dritter Lesung behandeln und so beschließen, dass es, wie vereinbart, zum 1.4.2024 in Kraft treten kann. Zumindest laut Leaks der Planungsgruppe der SPD, die nämlich irgendwie ins Internet gesickert sind. Alles klar, und dann noch das zweite Paket. Jetzt wird jetzt mal ausgepackt. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fintastic Life, wo sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Und ich euch in der Zukunft natürlich darüber auf den Laufenden halten werde, wann und auch wie die geplante Legalisierung seitens der Bundesregierung durchgezogen wird. Wo dann natürlich auch der Eigenanbau mit enthalten ist, was wir uns dann in der Zukunft nochmal genauer ansehen. Doch nun würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den Nachrichten zur Legalisierung und ob das Ganze auch am 1.4.2024 dann legal wird und wir uns das Ganze noch genauer ansehen können. Wo ich nämlich heute mal nach Wochen der Ernüchterung endlich mal wieder positive Nachrichten für euch habe. Und zwar, dass die Lesung 2 und auch 3 zur Legalisierung sowie der Beschluss im Bundestag nun bald dick nachgeholt werden soll, in den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass die Legalisierung ein wenig auf Blockade steht und somit vielleicht auch der Zeitplan gefährdet wäre. Was aber nun laut einem geleakten Arbeitspapier der SPD nicht mehr der Fall sein soll und nämlich der Nachholtermin zur Lesung 2 und auch 3 drin steht. Was nämlich bald auch der Fall sein soll und wir deswegen auch mal genauer in diese geleakten Papiere reinschauen werden. Genauso wie wir uns auch die neuen Aussagen von Carmen Wecker ansehen, nämlich schon seit Monaten bzw. nun schon Jahren als Berichterstatterin zum Thema fungiert. Und nun nach wochenlangen Schweigen auch wieder Hoffnung darauf gemacht hat, dass das Legalisierungsdatum vom 01.04.2024 auch eingehalten wird. Weswegen wir in ihre Aussagen natürlich auch nochmal reinschauen und wir somit gesehen Stück für Stück nun einmal das Video durchgehen. Doch bevor wir nun zu den weiteren Informationen kommen, möchte ich noch kurz auf den Sponsor für dieses Video aufmerksam machen. Und zwar nämlich Mars Hydro, wie man hier schwer übersehen kann. Die nämlich nicht nur Growth-Zelte für den Eigenanbau machen, also wo ihr im Endeffekt dann eure Pflanzen drin anbauen könnt oder aber auch Gemüse, sondern auch natürlich die passenden Lampen dazu auch entwickelt. Wie zum Beispiel mit der Mars Hydro FC 3000, womit ihr auch direkt per Smartphone auf die Lampe zugreifen könnt und auf jeden Fall genug Leistung hat, um die drei Pflanzen, die erlaubt werden, durchzuziehen. Von Brokkoli bis hin zu Paprika, was auch immer ihr eben haben möchtet, die es auch in verschiedenen Variationen im Angebot gibt, also von dem kleinen Modell bis hin zu den größeren Varianten, also ganz nach eurem Bedarf und vor allem preisleistungstechnisch unschlagbar. Also falls ihr in der Hinsicht noch nicht ausgestattet sein solltet, dann wie gesagt, checkt doch auch gerne mal das Angebot in der Beschreibung ab, wo ihr nämlich mit dem Code MARSEVO oder aber auch FANTASTICLIVE nochmal ein paar Prozente extra bekommt. Oder aber auch ihr nehmt bei der Verlosung teil, und zwar um diese Ventilatoren, die Mars Hydro nämlich nochmal extra für euch bereitgestellt hat. Also falls ihr gerade zuschaut und noch einen Ventilator benötigt, dann schreibt doch auch gerne in die Kommentare rein, warum und wieso ihr ihn gerade braucht. Folgt natürlich dem YouTube-Kanal von Mars Hydro, der auch noch in der Beschreibung verlinkt ist, genauso wie auch mein Instagram-Account, wo dann im Endeffekt der Gewinner ausgelost wird. Also viel Glück und viel Spaß dann mit den Ventilatoren. Und im Endeffekt natürlich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ohne die das Ganze hier auch gar nicht möglich wäre, wie zum Beispiel solche Verlosungen oder aber auch Rabattcode. Doch nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede. Vielen Dank, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit. Und wir kommen direkt zum Thema, und zwar die Nachholung zur Lesung 2 und auch 3 im Bundestag, wo nämlich die Legalisierung beschlossen werden soll. Also wenn dann die Unstimmigkeiten in der SPD behoben sind, die nämlich die letzten Wochen bzw. Monate ein wenig die Legalisierungspläne bzw. den Zeitplan dessen in Gefahr gestellt hat. Was nun aber geregelt scheint, zumindest laut Leaks der Planungsgruppe der SPD, die nämlich irgendwie ins Internet gesickert sind, worin nämlich die Arbeitsplanung zum ersten Halbjahr 2024 innerhalb der SPD steht und somit gesehen auch der Nachholtermin zur Lesung 2 und auch 3 im Bundestag, wo dann wie gesagt die Legalisierung beschlossen wird. Also schauen wir doch direkt mal gemeinsam genauer rein, und zwar in die zweite Seite des geleigten Dokuments, wo nämlich Folgendes steht. Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. Cannabisgesetz, kurz KAN-G. Wir leiten einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik ein und erkennen damit ausdrücklich die gesellschaftliche Realität an. Nach dem Scheitern der Verbotspolitik machen wir daher den Gesundheitsschutz zum Maßstab unserer neuen Cannabis-Politik. Der private Anbau zum Eigenkonsum und der gemeinschaftliche Eigenanbau und die Weitergabe von Cannabis in Anbauvereinen an Erwachsene zum Eigenkonsum wird erlaubt. Für Jugendliche unter 18 Jahren bleibt der Konsum strikt verboten. Dealer, die Cannabis an Kinder und Jugendliche abgeben, werden künftig noch in Gerosa verfolgt und bestraft. Ihnen droht zukünftig eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren. Zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität stärken wir zudem verdeckte Ermittlungsmaßnahmen, was nämlich alles in ein Gesetz münden soll und zwar das Vorhaben auf Gesetz steht und der Zeitplan auf Januar 2024, also die Lesung 2 und auch 3 im Bundestag, noch in diesem Monat nachgeholt werden soll. Also zumindest laut dem geleakten Papier, was nun im Internet kursiert, aber schon von vielen Fachkreisen so bestätigt worden ist. Also wir alle mal abwarten, was diesen Monat noch passieren wird, was auf jeden Fall ein riesiger Schritt, wie gesagt, für Konsumenten, Legalisierungsbefürworter und vor allem auch zu Unrecht Bestrafte ist, die nämlich nun nach Jahrzehnten der Verfolgung endlich Genugtuung erfahren sollen, zumindest mit der Säule 1 der Entkriminalisierung, den Eigenanbau und wie gesagt den Social Clubs. Also positive Nachrichten schon mal in diese Richtung, dass die Legalisierungspläne nicht noch weiter verschoben werden, also zumindest laut diesem Dokument, was aber auch neue Aussagen von Carmen Wege seitens der SPD bestätigen, die nämlich nun schon seit Jahren als Berichterstatterin zum Thema der Legalisierung seitens der SPD fungiert und nun folgendes schreibt, Zitat Carmen Wege. Carmen Wege vom 8.1.2024. Lieber Herr W., wir haben im Koalitionsvertrag mit Bündnis 90 die Grünen und der FDP ganz klar gemeinsam vereinbart, Cannabis staatlich kontrolliert abzugeben und damit einen Paradigmenwechsel in der deutschen Cannabispolitik einzuleiten. Wir erkennen die gesellschaftliche Realität des täglichen Cannabiskonsums von Millionen von Bürger und Bürgerinnen an und nehmen diese als SPD sehr ernst. Neben dem Koalitionsvertrag haben wir uns schon davor im Wahlprogramm für die Legalisierung ausgesprochen. Auch der SPD-Parteivorstand hat mit seinem Beschluss vom 27. März 2023 dies noch einmal bekräftigt und inhaltlich unsere Positionen konkretisiert. All dies gilt. Wir werden zeitnah das Cannabis-Gesetz in zweiter, dritter Lesung behandeln und so beschließen, dass es wie vereinbart zum 1.4.2024 in Kraft treten kann. Mit freundlichen Grüßen Kamenwegge. Ja, also wenn das nicht mal klare Aussagen seitens Kamenwegge sind, die sich nämlich die letzten Wochen eher bedeckt gehalten hat, doch nun wieder mit dieser Antwort klar eine Stellung bezieht, und zwar, dass die Unstimmigkeiten innerhalb der SPD anscheinend geregelt sind und dem Legalisierungsbeschluss noch in diesem Monat quasi nichts im Wege stünde und somit die beschlossene Legalisierung dann am 1.4.2024 wirklich durchgezogen wird. Was wir uns dann alle, wie gesagt, noch einmal genauer anschauen werden. Doch was ihr zu dem Thema sagt und jetzt zu den erneuten Aussagen von Kamenwegge und natürlich auch dem geleakten Papier der SPD, das schreibt mir doch gern mal hier unten in Kommentarform. Also ich bin gespannt mal eure Einschätzung zum Thema zu lesen. Ansonsten aber werde ich euch über alles weitere, was das Thema der Legalisierung angeht, also den Zeitplan, wie und wann das Ganze durchgezogen wird und wie es im Endeffekt aussieht, gerne hier auf den Kanal auf den Laufenden halten. Also falls euch das Thema interessieren sollte, dann lasst mir auch gerne ein Abo da, denn hier werdet ihr auf jeden Fall auf den Laufenden gehalten. Ansonsten wünsche ich euch nun noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche dann schon mit positiven Neuigkeiten wieder, und zwar, dass die Legalisierung und der Beschluss nachgeholt wird, was ich mir an dieser Stelle auf jeden Fall wünschen würde. Also bis dann und noch eine schöne Woche.